So, wir haben es geschafft. Die Mission ist durch. Ein Löffel Sirup abgeschlossen. Und jetzt geht es weiter. So, ich verschwinde gerade mal hier. Wenn mir das gerade ein bisschen so zu viel wird. Keine Ahnung, was du hast. Moment, gucken wir mal rein. Alles auffüllen. Es tut mir leid, dass Ihnen nichts gefällt. So, gut. Dann gucken wir mal auf die Karte, was wir so heute machen könnten. Die unnatürliche Auslese. Nichts als nur die allerbeste Qualität. Machen Sie sich selbst ein Bild. Gut, das ist nicht weit weg von hier. Das ist sehr, sehr gut. Keine Feindpräsenz in der Nähe. Ist er da hoch, oder was? Okay, dann machen wir das doch mal. Steht er auf dem Dach, oder wo steht der? Oder steht der nicht? Nee, steht hier unten, oder was? Ach, hier. Ist die Mission. Tag, gehen wir los. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Aha. Ja, das schließt jetzt ein bisschen an diese Mission an. Das ist so kompliziert, die Sache. So, wir haben jetzt hier einige Feinde rumrennen, ne? Aha. Okay. Okay. Hey, hey, hey. Oh, das ist ein paar Feinde. Das ist ein paar mehr Feinde, jetzt ist nur die eine. Den trete ich auf jeden Fall. Falt besser an! Da sind die alle auf mich jetzt gerechtigt, Jungs. Herzhaft. Oh, Medizin nutzen. Oh, Medizin nutzen. so tot vor allem gut ist unsere leute so und zwar jetzt ein bisschen unterstützen dann machen wir das türchen mal auf sie sollten nicht herumschleichen und achtbare gentlemen erschrecken junger mann bitte was mir war gar nicht bewusst dass herumschnüffeln als achtbar angesehen wird ich versichere ihnen nein das war fast schon zu knapp so folgen wir dir mal sie hier sind aus demselben grund wie ich vermute ich vermuten sie sehen sie sich das an eine recht beeindruckende apparatur meinen sie nicht ich kann größere die sind alle da oben da turas ramonium oder stechapfel wie er gemeinhin genannt wird das kommt in den sirup hinein und opium ebenso höchere und außerordentlich ekelerregend dann ich frage es aber hier noch geschützt um fortzufahren stimmen sie mir zu so ist finden sie ein weg hier aus bei und die anderen dreimal dürfen sie raten nun gut junger man okay wir müssen sabotieren die So, der sabotiert. Und wo ist der letzte? Dahinter. So, und dann machen wir das Gas hier noch. Drehen wir mal das Gas noch auf und dann machen wir es hier raus. Ja, wir sollen mehr sabotieren, da oben sind noch welche. Ja. So, wer hier noch stirbt. Machen wir mal kurz, jetzt sabotieren wir noch das Ding hier. So, die Frage ist, wo ist der letzte? Ich meine, ich mache es hier komplett. Die Aufgabe ist eh nicht mehr zu schaffen. Aber wir sabotieren zumindest mal fleißig weiter. Ach, da ist immer noch einer, da oben. Ja. Ja. Da ist gerade die Kamera ein bisschen verdreht. So, jetzt funktioniert es. So, der letzte ist dann da hinten. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Aus dem Gebiet entkommen. Oh, oh. Ich muss gerade… Jetzt muss ja vorliegen hier rauskommen. Ja, ich muss hier raus, irgendwie. Das ist das Problem. Wo ist die Scheiß-Tür? Oh Mann. Ja, f*** dich doch, ey. Ich sterbe jetzt eh. Ich habe keine Ahnung, wo die Scheiß-Tür ist, ey. Das ist das Problem. Ich finde, haben wir die Eingänge, aber nicht die Ausgänge. Die Frage ist, ob wir jetzt nochmal raus müssen. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt auch kommen, ne? Ach, da oben, ja. Dann nehmen wir den Ausgang einfach. So. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Moin. Jacob Fry, die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Hm, ob dort gerade Besuchszeit ist. Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Hm. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Hm. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Alles klar. So, dann haben wir das auch geschafft. Und natürliche Auslese. Jedem wollte mit dem Gast töten. Das haben wir nicht ganz geschafft. Klar, weil wir auch so töten mussten. Aber es ist ja nicht egal. Hauptsache, die Aufgabe ist geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Assassin's Creed Syndicate. Und dann geht's weiter mit Assassin's Creed.